Was sagst du zu Shiba Inu? Der Jude Shiba Inu, ne? Auch eine Billiarde Coins. Vor kurzem hat Vitaly Butain, der Founder von Ethereum, ein mächtiges Stück davon gedroppt, Milliarden davon an Spenden, hat er einfach gedroppt und weitergehauen. Halte ich auch für unseriös. Noch, solange ich keine richtige Bestätigung sehe, würde ich persönlich niemals Geld da reinstecken. Leute, ja, es sind viele gekommen, die haben gesagt, hey, pass mal auf, ich habe da ein paar bisschen Spielgeld reingetan, was ich bereit bin zu verlieren, ist doch nicht schlimm, warum sagst du sowas? Leute, ich meine doch nicht, dass Leute Spielgeld reinstecken. Ich meine, wenn man wirklich große Investitionen da reinhauen möchte, dass das einfach risikoträchtig ist. Ihr könnt doch nicht, das ist vom reinen Aufbau her wieder ein Schneeballsystem. Ihr könnt doch nicht euer Geld in was reinstecken, was wie ein Glücksspiel eigentlich nur ist. Und vor allem die SafeMoon-Leute, die heute kommentiert haben, put your money where your mouth is. Haben die wirklich ihre ganze Kohle da reingesteckt, was sie zum Investment bereit haben? Denn wenn die ansatzmäßig so viel reingesteckt haben, wie wir beispielsweise in XRP, weil wir daran glauben, dann hacke ich mir die Nase ab. Die haben wahrscheinlich auch ein paar Cents reingehauen und kommen jetzt, okay, ein Beispiel Leute, damit ihr einfach mal Bescheid wisst. Wir haben jetzt schon, obwohl unser Channel jetzt nicht allzu groß ist, wir sind ja jetzt keine Riesen, wir haben ja keine Millionen Abonnenten oder sowas, wir haben jetzt schon so viele Anfragen gekriegt. Ich sage jetzt nicht, welche Coins. Viele, viele der Coins, wo Leute uns reinschreiben, oh, guter Coin, warum disst du den, warum? Viele davon sind auch dabei gewesen. Und die geben und die versuchen uns Geld anzubieten, damit wir das pushen. Die wollen, dass wir in irgendwelche Gruppen reinkommen und dann Leute hierher leiten, dass sie... Aber ey, wir lassen uns nicht kaufen, nur damit wir lügen. Klar, wenn ich jetzt irgendwo eine Partnerschaft mit irgendjemandem eingehen, kann und ich denke mir, hey, ist ein gutes Projekt, das kann ich ruhig weiterempfehlen. Ja, warum nicht? Dann kann ich doch dran verdienen und ich empfehle etwas weiter, was nicht schlecht ist. So ist jedes Geschäft so aufgebaut. Da habe ich persönlich, sehe ich nichts Schlimmes daran. Aber Geld für etwas zu nehmen, wovon ich der Meinung bin, das ist nichts Gutes und ich würde da selber mein Geld nie reinstecken. Und nur damit ein bisschen Geld in meine Tasche fließt, sage ich es anderen Menschen und die können dann eventuell Geld daran verlieren. Ja, was bin ich dann für ein Mensch, Mann? Kein Geld der Welt ist es mir wert, dass ich mir abends nicht in den Spiegel gucken kann. Und mein Bruder genauso. Mein Bruder Astan, der zeigt mir die meisten Projekte gar nicht mehr, die wir angeboten bekommen. Er hat mir heute erst gesagt so, Bruder, er meint, ich lehne immer direkt ab schon die meisten. Ich sage dir das meiste gar nicht mehr. Ich sage mal, machst du gut, Bruder. Wir haben da so ein Vertrauen ineinander, dass wir viele Sachen uns gar nicht mehr erzählen, weil wir wissen, wie wir ticken. Wir ticken da gleich.